Ich bin dafür, dass ihr keine CR5 mehr spielt, äh, keine, wir haben ein bisschen mehr. Ja, dann fahr mal ein Stück weit. Sehr happy. Ja, Psch. Das haben wir. Hallo. Dann lasst uns jetzt die erste Phase machen. Ja, warum machen? Ja, weil ihr schon direkt da seid unter uns. Hey, das ist doch scheiße. Ja, das passt aber genauso. Ihr hattet nur Zeit, um das erste Tag direkt zu machen. Hey cool, hacken, hacken kann ich. Zeit? Bist du überhaupt? Ja, egal. Ja, lasst uns, lasst uns einfach machen. Äh, ich probiere. Vor der Weih, ich muss noch. Tschö. Ja, 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 ja. Darf ich den überfahren? Ah, nein, nein, nein. Komm, 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 komm. Wir hören ja vom Waffel in Hit, denn. Hallo, bei dem Schild, ja. Hat's denn Erik denn? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay, ich steck es schon. Der weckt das Schild von meinem Auto. Ja, Mann. Ich bin nicht so gut. 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 Boah, ey. Eraser, noch da? Nee, nee, der ist gegangen. Schade, ey, den hab ich vorhin so gefickt. Man weiß, er kommt mit CSG auf den Nacken. Aber das eine Mal war grad echt krass. Der steht da drinnen, ey, und auf einmal kommen drei Leute auf den. Hallo, Alfred. Ja, das wollen wir mit Pumpgun, mit Killer-FD, mit Killer-FD. Zack, die Perk weg. Das ist keine Perk. Nee, da ist ne Perk. Keine Perk. Da ist ne Perk. Da hast du eine Schrotflin. Scheiße. Was glaubst du, warum ich die Granate vier Sekunden in der Hand halte? Keine Ahnung, wo ist ein Perk? Weil ich sie in der Hand halte, damit sie anfängt zu tickt, damit ich sie auf dich werfen kann. Ach, Zug ist auf dem Highway, deswegen hab ich den da oben nicht gesehen. Ich guck die ganze Zeit auf dieses komische Dach von der Tankstelle. Wo ist Zugi? Auf dem Highway. Wo ist dieser Tier hinter der Erik? Er läuft jetzt wieder mehr in Richtung von der Tankstelle. Deiner Penner. Oh ja, danke, Ari. Ah lol. Ach, Ari. Ach, Ari. War der Falsche. Ari fliegt voll aufs Auto drauf. Weiß ich, wenn ihr mit einem Sniper, Ari tötet ihn für mich. Ey, danke, man schlägt Storben. Das ist voll im Kurs hier. Vielleicht, wenn ich nicht. Bitte dich, wir haben auch voll böse Kurs. Ja, das stimmt. Am Ende. Alter. Ja, toll. Ey, komm, ich bin gespawnt und werfen mir einen Perk ins Gesicht. Also bitte. Immer 3 gegen 1. Erik, komm mal her. Wo bist du? Hör zu, ist das für dich ein Perk? Zugi, wenn ich nicht hacke dich wäre, wäre ich sogar noch nach links gelaufen, glaub ich. Ah, guck mal, ich hab ne Idee, was ich jetzt mache. Hätte dir aber nicht geholfen. Ah, doch, glaub schon. Hättest du daneben geschlafen. Oha, 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 die spawner irgendwo zu Westen. Achtung, da sind die Sniper. Hilf mir, Zugi. Oh. Komm bei deiner Mama. Genau. Gib dich selbst. Au, aber warum werde ich hinter mir gehittet? Da ist was. Die ficken dich. Schmeid weg, ich krieg keinen Hit. Warum sprichst du weg von mir? Oh, ich bin weg, ey. Hau da rein, ey. Warum rennst du weg von mir? Ich dachte, du magst. Ja, was soll ich machen? Soll ich aber stehen bleiben? Ja, klar, warum nicht? Oh, den Wichser da oben, ey. Feige. Das war voll das gute Teamwork, Mann. Das war voll geil. Voll das Tose, ey. Ich finde hier keine gute Posi. Doch, jetzt. Aber wie soll ich denn ne gute Posi machen? Er findet hier eine. Ah, lol. Hey, echt so. Werd einfach Map-Designer und zeichnet hier eine rein. Ich drück nicht I, sondern O. Die spawnen im Osten. Ja, ich weiß. Boah, du bist sehr gut. Ja, zu, wie verpiss ich da? Warum werd ich gehittet? Warte, kann. Ey, ich hab Muni Koffer auf. Da unten ist schon was. Kann ich nicht gehittet werden? Egal, wir verlieren dabei. Du kannst mich mal gleich verpissen. Einer ist genau unter mir im Osten. Ich glaub, ich geh ins Z. Nein, du bleibst schon online. Ja, kinder. Ey, einer macht das. Ey, einer macht das. Boah, lass den machen. LAKENINIA! Ich hab ne Sirene. Ihr könnt gar nix machen. Ey, wenn ich es uns treffen würde. Halt die Fresse da oben. Halt du die Fresse. Ich hab bestimmt geil sein mit immer volles zu zocken. Ich hab keine Ahnung. Nichts. Alles le- No skillet, Idiote. Ja, FOG. Den hätt ich mir gesnackt. Dazu nicht gelossen. FOG, da kennt man wieder die Pros, ey. Ganz ehrlich. Aber du auch nicht. He mad, he mad. Ich bin selber. Die einfach ignorierende... Ja, weiß ich eh nix mehr. Warte kurz, Killer. Ja, behindert. Ich bin selber ein FG. Warte, warte, warte. Warte, 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 Killer. Du's nicht. Erik, verbischt dich. Das ist mein Platz. Geht schon? Nein! Wartet auf mich! Ah, wir können nicht hierbleiben. Oh, nee. Das war gerade unnütigste Aktion ever. Wie kann er die Leber kill mischen? Nein. Ah, behindert. Dugi, du weißt, was ich denke, oder? Ich hab 015. Was will ich denn machen? Ich will ausmachen. Der hinten ist was. Ich will ausmachen. Guck mal, er hat 015. Ich hab 510. Nein, du bist nicht besorgen, oder? Vielleicht hab ich dich fünfmal gekillt. Kann das sein? Kann sein, ich weiß nicht mehr. Hitler, kann das sein? Oh, da ist hier eine Wand. Ari, willst du vielleicht das Auto nehmen? Da ist hier eine Wand. Ich dachte denn. Halt gegen die Wand, Alter. Ja. Das zeigt aus dem Auto aus. Alter, Ari. Wie geht's dir? Wie geht's dir, Ari? Kleck. Es kommt drauf. Ari, Zugi, irgendwo Venom ist hier irgendwo. Wo ist denn der Abgabespot? Unten oder oben? Oh, nee. Oh, nee, oder? Ach, komm schon, Zugi. Raus kommt, Zugi. Ah, Fahno. Nein, der schafft es! Tuggy. Unscoped, Cracked, Woppa. Unscoped, bitte. Ey, Zugi, wir wissen zwar, dass du in Wasp bist, aber dass du keinen Skill hast, bitte. Zugi, das war selbst für deine Verhältnisse echt schlecht. Ich bitte nicht. Ich hab auf Venom geschossen. Ein Venom kriegst du tot, aber ein Target nicht. Nee, Venom habe ich auch nicht tot bekommen. Naja, hast du auch bloß einen Schuss gesetzt. Ja, ich will. Mit Alex ist auch ein Schuss gesetzt. Wir sollten das jetzt mal holen. Niemals. Jörg Wichser. Park Wichser. Halt die Brisse, du Schwuchtel. Da ist Drake. Ich sehe ihn nicht. Ich bin echt schwul. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich bin auch prima. Ich glaube, dieser Schiller FB da ist so cool. Bisschen! Oh, da ist, äh... Da ist ein... Ari, du Penner! NIE! Ich hab den Koffer! Stelz! Hast du den jetzt mit ner Osten? Oh, nee. Ari, Edskill. Sohne im Osten. Wo ist Osten? Ich hab mich entschuldigt für das, was ich auch immer tun werde. Ich kann ja mich stellen da hinten! Der kleine Pizza. Like a Pizza. Like a Boss. Like a Bro. Hey, wo bringt ihr das Item hin? Keine Ahnung, es liegt da irgendwo. Jetzt hab ich ihn gebracht. Das ist ne Frage. Kann ich jetzt hin. Achtung, rechts über dir. Achtung, rechts über dir, wann der Osten war. Erik. Fuck, warum hast du keine Nades? Hat er ihn? Doch, hat er. Fuck! Fuck! Wo ist die Bar? Was sagt's mir leid? Bei mir zwei. Ben! Du musst, äh... Zugi, du musst das Game installieren. Oh. Ach so? Genau. Ja, ich werd einfach geparkt. Hahaha. Erik rennt vor. Oh, ja, Mann. Oh, ja, Mann. Oh, ja, Mann. Ist geil, wie er da oben kämmt, aber keiner schießt. Ja, wie denn, ich hab ne Osmova tot. Ich mein, Venom. Die stehen da alle und er schießt. Ja, Venom hat ne Chance. Er hat ne... Obier. Venom hat doch noch eine Chance. Na ja, das war jetzt ein bisschen fail. Ari hat ne Osmova schießt. Der macht nur Kills mit der Osmo. Du kannst mich behalten. Ich mag dich nicht mehr. Heismar denkt sich, der kommt jetzt mit seiner Whisper an. Kannste ihn in der Wand campen und was bis auf Vorkommen möchte. Fick dich, Ari. Ja, wegen Whisper. Wo ist der letzte? Abi, fick dich. Ich weiß nicht. Der letzte ist auf dem Dach da hinten. Ja, da hinten war... Nein, da hinten war... Ne, ne, da hinten war Killermann. Ich hab ihn schon gesehen. Fristion! Osmova! Daneben! Au! Ja, und mir egal, ich hab... Tennt einer einen deutschen GM? Ich? Nein! Ihhh! 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 Hinter mir! Der Manfred! Greg, komm zu dir, Eric! Dein Erd! Oh, no Scope! Och, komm ey! No Scope, Alter! Aua! Hast du mich gesehen? Aua! Kill hat meinen Namen! Erd! 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 Ich wollt eigentlich auf Pistool wechseln, aber das Mann schieß einfach! Oh, das ist okay! Nein! Der Titel fies auf mich und schieß den Pfosten ab! Ich bin Stock! Sind wir? Aua! Da ist ein Röp! Stockpunkt, ja! Deine Waffe ladehämmungen Like a heat Meine Oswald schiebt nicht mehr Achtung schon Oswald Oh wenn denn du Pussy Da ist noch Zubi Ja Er jumpt von Dach zu Dach Wie ein Spiderman Ja Wie ein Gorilla Wie ein Gorilla Da oben ist Killermann Das ist ja ein Killermann Der ist ja ein Killermann Ja Killer Killer FD aber das ist für mich Mann Es gibt Killer Fight Also Ja den kenn ich nicht Aber ich hab schon mal gegen ihn gespielt Aber es gibt keinen Killermann Harry ist Oswald sh 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 Hurt Ja wei Rohorial Boah Taub Rede �낙 Ich hab schon dagegen geschossen, ne? Ah ne, Killer F, die hat kein Spiel. Ah, die geilste Dingens gerade war eh. Ich geb Drag an, Skull. Ey, du hast mir nicht gegeben, Zug hat mir gegeben. Ja, aber innerlich, nicht äußerlich. Killer F, die schließt mit der Erkundung. Ich komm rumgerannt. Killer F, ich brauch die Deckers. Das ist ja auch so einfach, Drag. Ich komm voll, ich brauch die Deckers. Ich komm voll, ich brauch die Deckers.